Oh, da sind wir wieder, Günther. Hallo, mein Friends, ich bin der Günther, bin 21 Jahre alt. Heiße Detlef. Heute reagieren wir auf Posey mit Rammstein. Heiße Detlef. Heute reagieren wir auf Posey mit Rammstein. Oh, der Weihnachtsmann. Gucke mal, Detlef ist aber dieses Jahr nie zu mir gekommen. Ich habe mir die Rude gewünscht, dass ich mal ein bisschen Rene in der Birne werde. Aber geht er nicht. Der macht jetzt Musikkarriere auf TikTok. Gucke mich schnitt. Getatt wird, wer kalt kennt. Vom Feuer, das Ding schweißt, verbrennt. Der Fall ist. In mein Gesicht. Ich trinke Licht. Und will das nicht. Dieses Gedicht. Ist meine Pflicht. Ist das geil, ey. Könnt ihr mal bitte mit der Scheiße aufhören? Nein, mach ich nicht. Gehen sie raus, bitte. Ich trinke Samen in der Kiste. Und wünsch mir, dass ich eine Mutter friste. Deine Mutter hat keine Nippel. Dann leck mich. Du scheiß Spaß. Oh, wenn der Arsch brennt, dann hat man Hämorrhoiden. Dann sollte man mal zum Arzt gehen. Wenn der Arsch anfängt zu brennen, dann sollte man wirklich mal zum Arzt gehen. Das könnten Hämorrhoiden sein. Ich bin doch schon da. Wo soll ich denn jetzt hinkommen? Wenn dich der alte Mann bedroht. Wir hält keine Kraft. Gravitaat zu ist Kraft. Oh. Oh. Du. Du. Oh, das ist so. Oh, das ist so. Oh, das ist so. Ich frage mich immer wieder bei solchen Videos. Schreibt mir das bitte in die Kommentare. Ist der Creator? Sollte er ganz schön mal zum Arzt gehen? Oder sollten die Leute, die sowas feiern und sich jeden Tag reinziehen zum Arzt gehen? Also, ich glaube nur, dass... Ich kann nicht mehr... Oh, scheiße. Wenn man wirklich auf Toilette geht und da kommt Blut draus. Das ist dann so der nächste Schritt, wo man vielleicht sagen sollte, okay, Arzt wäre schon angebracht, ne? Arzt wäre schon... Weil da gehört kein Blut hin. Da gehört wirklich kein Blut hin. Das mache ich auch immer. Sir, sollt ein Witz sein, Marquez. Oh mein Gott, mir ist das nie aufgefallen. Jetzt habe ich aber die Frage, wenn ich in die Bande mit reinkommen möchte, ne? Was sind da die Voraussetzungen? Ähm... Weil Blutungen habe ich keine. Hämorrhoiden kann ich auch nicht mit dienen. Ich könnte, ähm... Ja... Mit was könnte ich eigentlich dienen? Also, ich habe viele Fähigkeiten. Ich kann zum Beispiel atmen. Aber auch das habe ich jetzt öfters auf YouTube gesehen und auf anderen Webseiten. Ähm... Die meisten atmen falsch. Ne? Also, scheinbar atme ich auch falsch, ne? Es gibt ja so viele Atemübungen, ne? Vor allem, stellt euch das mal vor, ne? Es ist sorry, dass ich das jetzt in das Video mit reinpacke. Aber, da sind Videos dabei, wo man eine halbe Stunde einatmen soll und eine halbe Stunde ausatmen soll. Da bin ich doch tot. Doch, das... Wie soll ich das jeden Tag machen? Wollen wir das in meinen Alltag einbringen? Sorge mal. Soll ich, soll ich, äh... Weiß nicht, soll ich dann meinen Job kündigen und dann als, äh... Leiche irgendwo bei Körperwellen arbeiten oder was? Weil ich eh keinen Sauerstoff mehr bekomme. Ich bin froh, dass ich 10 Millisekunden schaffe, einzuatmen. Ich bin froh, dass ich 10 Millisekunden schaffe, ein bisschen schaffe, ein bisschen schaffe, ein bisschen schaffe, ein bisschen schaffe. Rammstein, dein rennt, der rennt, auf dem er halt, ich berrinnt, es reit, dieser sein... Rammstein, dein stein, rammt, na, das ist nicht witzig. Ja, weg von dir. Zieh man doch. Stell mal vor, ihr haut so voll jemanden ab, ne? Und der fragt euch also, wohin geht er. Ja, klar, ich bin gerade auf sein Auto ausgestiegen, da hau ich ja vor dir ab. Da, frag doch nie so blöde. Soll ich denn doch meine Adresse sagen, dass du mich auch verfolgen kannst und wieder mitnehmen kannst oder was? Was willst du wissen? Schmerzen in den Garten. Fürchtet euch, werdet feucht, wenn ein Sturz ganz leicht wird. Wie solltest du mal das Wert verhalten? Sie wird danach nicht untergehen. Und die Welt zählt laut bis zwei, ein. Hier kommt die Tunde, zwei, aus. Ja, gib mir die Crew. Ja, das, ähm, Video. Das, 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 das hat mich, oh, Entschuldigung, Entschuldigung. Ich hab nix, ich hab nix, Mann, ich hab doch nix. Ich kann den Schuldenbrief geben, vielleicht kann es ihn ja für mich bezahlen oder so, ich weiß es nicht. Aber ich hab nix, ich habe nix. Ähm, das hat mich, ähm, verstört. Es hat mich wirklich verstört, ähm, ich bin so verstört. Dass ich mir gerne jetzt ne Jacke anziehen würde, ne Brandschutzjacke und die anzünden würde. Dabei singen würde. Und gerne Hämorrhoiden haben möchte. Das ist irgendwie, seitdem ich das Video angeguckt hab, mein großer Traum. Das ist echt, ich kann, nee, scheiße, wie kommt man auf sowas? Nee, ihr macht mich fertig. Ah, wieder ne, ah, es war wieder wunderbar von JockTV. Wunderbar wieder, war wieder ein wunderbares Video. Lasst Liebe da, guckt unbedingt immer die Original-Creator an. Begutachtet, äh, sie. Lasst getragene Unterhosen da, lasst Wortschneim da, lasst Abos da und lasst vor allen Dingen Liebe da in Form von Kommentaren. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video, würde mich mega freuen. Haut rein und tschüss. Bis zum nächsten Mal.